Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. In diesem Video soll es nochmal abschließend um das Caravan-Event gehen und der Thematik, dass einige Spieler wohl Tickets an den Wargaming-Support geschrieben haben und entsprechend ihre Reroll-Credits wieder zurückerstattet bekommen haben. Ich hatte das ja vor ein paar Tagen in dem Video bereits vorgestellt. Da ging es um Panzerfighter, der das Ganze im Forum auch gepostet hat. Und hier habe ich noch einen zweiten Screenshot, der ist von Switman. Meines Wissens nach ist das auch ein CCT, der auch sehr, sehr viele Credits aus den Rerolls wiedererhalten hat. Wobei wir hier nur den Antwort-Screenshot haben vom Support. Wir wissen also nicht, mit welcher Nachricht er an den Support herangetreten ist. Nun kann man über diese ganze Thematik einer oder anderer Meinung sein. Unter meinem Video waren da auch sehr, sehr viele Kommentare dazu. Einige auch in die Richtung, wie kann man denn nur so viele Rerolls ausgeben. Das ist sicherlich durchaus diskutabel. Und diskutabel ist auch die Art und Weise, wie Wargaming hier oder der Support die Credits zurückerstattet. Denn es gibt bis zum jetzigen Zeitpunkt keine offizielle Stellungnahme von Wargaming dazu. Und ich würde sagen, es wird auch keine geben. Ich habe versucht, an Informationen zu kommen und habe auch eine Antwort von einem Wargaming-Mitarbeiter erhalten. Und jetzt kommt die sehr, sehr unzufriedene Nachricht für euch. Ich kann sie euch nicht geben. Der Grund dafür ist eine NDA, die alle CCTs unterschrieben haben. Also ein Non-Disclosure Agreement. Wo wir uns halt verpflichten, nur die Dinge preiszugeben, sage ich mal, die uns Wargaming auch erlaubt, preiszugeben. Und tatsächlich ist es so, dass diese Informationen bezüglich dieser Tickets, die hier geschrieben wurden, unter NDA stehen. Ich kann euch also nicht sagen, was der Hintergrund ist. Wieso, weshalb, warum. Ich darf es einfach nicht. Ich finde das ziemlich frustrierend, weil das natürlich eine sehr, sehr intransparente Art und Weise ist, wie Wargaming mit dem Thema umgeht. Vor allen Dingen natürlich mit der Spielerschaft, also euch. Denn keiner weiß zum jetzigen Zeitpunkt natürlich, außer Wargaming halt, und ich jetzt, der nachgefragt habe, oder vielleicht auch noch andere CCTs, das weiß ich nicht. Darüber wird halt nicht gesprochen, was der Hintergrund dieser Rückerstattung sind. Und das ist, naja, es ist halt doof. Ich könnte auch noch andere Worte wählen, aber es ist schon ziemlich doof. Es ist maximal intransparent der Spielerschaft gegenüber. Und ich glaube, dass Wargaming sich ja keinen Gefallen tut, weil das natürlich zu weiteren, naja, im schlimmsten Fall Gerüchten führt, die für keine Seite, also für Wargaming, aber auch für euch nicht irgendwie zielführend sind. Was ich zu dem Zeitpunkt nur noch sagen kann, ist, schreibt die Tickets weiter. Sie werden höchstwahrscheinlich wenig Erfolg haben. Einige von euch haben das ja auch schon bereits versucht und haben mir da auch schon Feedback dazu gegeben. Ich habe auch schon E-Mails erhalten. Ich kann nur so viel sagen, schreibt die Tickets, auch wenn sie vermutlich wenig Erfolgsaussichten haben. Aber es ist ein Punkt dabei, der sehr, sehr wichtig ist. Es zeigt Wargaming, wie unzufrieden die Spielerschaft mit diesem Event ist. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, Wargaming zu vermitteln, auch wenn es vielleicht im Moment Wargaming nicht wirklich interessiert. Das wissen wir nicht. Das ist nur eine Vermutung. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, über verschiedene Kanäle Wargaming klarzumachen, dass die Art und Weise dieses Events einfach nicht in Ordnung ist. Natürlich liegt es einerseits in der Verantwortung jedes einzelnen Spielers, zu überlegen, ob er jetzt seine Re-Worlds einsetzt oder nicht. Auf der anderen Seite natürlich auch nachzulesen, konkret nachzulesen, wie die Bedingungen des Events sind. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Wargaming auch eine gewisse und nicht unerhebliche Verantwortung gegenüber der Spieler hat, wenn es um solche Events oder wenn es generell darum geht, das Spiel in irgendeiner Form zu monetarisieren. Denn das Problem ist einfach, dass ich das Spiel auch an Spieler errichte, die minderjährig sind. Und hier bei diesem Event einfach Mechaniken eingesetzt wurden, die halt schon sehr, sehr an Glücksspiel erinnern und das halt sehr bedenklich ist. Ich bin kein Jurist. Ich werde auch nie einer sein. Wenn unter euch Juristen sind, die werden höchstwahrscheinlich voll ein bisschen mehr Ahnung haben, inwieweit das jetzt Grauzone ist oder dann doch nicht. Für mich ist es schon Richtung Grauzone, was das Thema angeht. Und deswegen ist das Event für mich auch abschließend, um das sozusagen einer der schlechtesten Events, was Wargaming in den letzten Jahren durchgeführt hat, einfach um das Spiel zu monetarisieren. Es ist einfach keine schöne Art und Weise. Ich bin der Meinung, es geht definitiv anders, was gewinnbringend für beide Seiten ist. Also für Wargaming, die Geld verdienen möchten, aber auch für die Spielerschaft, die einfach neue Spielinhalte oder generell Spielinhalte bekommen können für, sag ich mal, einen guten Preis. Das soll das Abschließende sein. Ich kann euch leider nicht mehr sagen. Ich darf euch leider nicht mehr sagen. Ich habe dafür mit meinem Namen unterschrieben und laufe ansonsten Gefahr, meinen CCT-Status zu verlieren. Und da muss ich ehrlich gesagt zugeben, da habe ich keine Lust drauf. Und dementsprechend muss ich das von meiner Seite hier leider in der Form abschließen. Ich bin mir im Klaren, dass ihr das nicht gut findet. Ich kann es nur leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht ändern. Das soll alles zu dem Event gewesen sein. Ja, wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher